Sebastian! Darth Vader, wo bist du? Mr. Darth Vader, Padme wird sterben. Ich meine natürlich, du kannst deine Schwester endlich retten. Sebastian! Ich kann sie nur retten. Siehst doch einen, Bro. Siehst doch endlich mal einen. Was ist der Kerl? Ich bin der Kerl. Ich bin der Kerl. Ich bin der Kerl. Da ist er noch. Sebastian! Sei nicht so, Bruder. Aber ... Knochenhaufen ... Auch einen Knochenhaufen für das Ding, ne? Wie fehlt ein Knochenhaufen? Da ist ein Knochenhaufen drin. Ja, was ist los? Was ist doch? Ich war noch ein Knochenhaufen. Nein, ich glaube es reicht. Doch, da ist nur einer. Ah, sei nicht so. Sebastian. Ist das nicht unglaublich? Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Achio, Relikt. Solomon? Das Relikt? Toll gemacht, Solomon. Toll. Das müsst du wissen. Hä? Ich wollte ja erst mal Sebastian. Also Sebastian, wir haben ein Problem, mein Bro. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Wo ist der Boss? Wo ist Solomon? Wo ist er denn? Aua! Ich musste alte Magie gegen Solomon einsetzen. Ja, ey, 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 hör auf! Nein! Bruder! Wow! Er hat seinen Onkel gekillt. Ja, toll gemacht. Toll. Ja, toll. Ja, toll. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, die Annie. Boah, Sebastian, ey, du verkackst so hart. Annie. Ich sag doch, er wird ein Schwarzmagier. Ich hab's gesagt. Komm, Werder! Nein! Das ist, das war Slytherins Buch, nehm ich an. Du hast dich entschieden. Oh, Anne. Was hast du getan? Wieso ich? Du hast doch deinen Onkel getötet. Ich hab gar nichts gemacht. Ihr habt gar nichts gemacht. Ihr habt gar nichts gemacht. Ich wollte die mit alte Magie heilen. Mit alte Magie. Isidora mäßig. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Bro. Stopp. Alter, stopp. Halt. Also, den muss ich mitnehmen. Ich bin Hoffelpuff. Also, doch mal. Hey, stopp. Halt. Im Namen von Hufflepuff. Ich kann nie mit Isidoras. Kann ich doch Annie retten. Bruder! Ich kann doch mit Isidoras alter Magie Schmerzen entfernen und Flüche. Du musstest nicht deinen Onkel töten, Anakin. Du kannst doch zur hellen Seite zurückkehren. Warte. Amin, es rettet uns gerade den Arsch. Bruder! Nee! Bruder! Halt! Alter! Stopp! Ich kann ja mit dem Dash folgen. Aber Bruder! Stopp, stopp, stopp! Zebi! No! Ich kann ihn doch mit Isidoras alter Magie. Was ist denn? Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sie sehe ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Ja, und ich kann... Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich... Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Nein! Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Ich... Kann nicht klar denken. Ich muss gehen. Du hast einfach deinen Onkel getötet, Bro. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Der rettet uns gerade vor Black. Bitte. Ich bin gerade nicht dich selbst. Ich weiß. Du bist Vader. Ich bin der Krypto. In Ordnung? Mann! Vader, Alter! Boah, wie gut war das? Wie gut ist diese Storyline mit ihm, ey? Leider geil. Oh, so 0,255 rum. 2,50. Ich kann... Ich kann N retten, Mann. Mit Isidoras alter Magie. Wir haben gerade tatsächlich nur die Hauptquist. Wir haben gerade tatsächlich nur die Hauptquist. Ich kann ja auch noch mal equilibrieren.